Willkommen zu noch einer Edition von EAST TV Acoustic Sessions. Ich sitze in Berlin ganz randomly mit meinem Freund Janusz. Ich bin ganz kurz bei dem vorbeigefahren, habe gesehen, dass er so viele Gitarren bei sich an der Wand hängen hat. Und ich sage, Janusz, ich kann nicht hier aus deinem Haus rausgehen, ohne dass wir irgendeinen Song zusammen machen. Ist das richtig? Das ist richtig. Und wir werden heute eine bisschen andere Version spielen von Clever, von meinem neuen Album Authentic Rebel. Okay, was ihr wissen müsst, ist, dass es eine heavy, heavy Freestyle Session. Das heißt, wir wissen nicht, was jetzt kommt. Janusz fängt die Gitarre anzuspielen und ich sing. Janusz, bist du ready? Äh, I'm ready. Kick it! People tell you to be clever, but when you're clever, they're not. Janusz, let's play something so they can figure this out. Woo! Zegoboy, man. Here we go. Au easy is clever, man. Au ja, nur clever, man. Au style is clever, man. Au jazibus. Here we go. Au easy is clever, man. Au ja, nur clever, man. Berlin-Style clever, man. Au jazibus. Woo! Au clever, Salfa. Clever like this. Au clever, Salfa. Hey, Cheragma like so. Hattie like this. Au clever like Kaa. See, you gonna realize how to turn ties. When it comes to this, man, I'm cooler than ice. Never look inside. Never look sad. Oh, now why you do like this? Au check-a-one, two. Check-a-one, three. Why do you even wanna compare me? See, I'ma say clever, I'll check one. I'ma say clever, I'll check two. Hey! You know how we do? Berlin-Style, baby. Here we go. Au easy is clever, man. Au ja, nur clever, man. Au style is clever, man. Au jazibus. Au easy is clever, man. Au ja, nur clever, man. Berlin-Style clever, man. Au jazibus. Woo! Au jazibus. I'ma say-a-puh, I'm a good now, man. No, I'm a good now, man. Au-fera. Au-fera. Ey! Au-fera, au-fera. Au-fera, au-fera. Au-fera, usen, man. Allestaid gunchan, Fera-ye le quemo saco, en mege plan like check one. Check two. Ey! Au check one. Ey! Au check two. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen One more time, komm, einmal noch Au easy is, clever man Mach brigado, clever man Our style is, clever man Au jaziboss Au easy is, clever man Au janus, clever man Au jaziboss Mach mal so ein Freestyle, irgendwas mit ein bisschen Freestyle You know what in this life? You gotta be clever But if you're not clever man Go out there and make a plan Der, wenn der einmal anfängt, der hört nicht auf Der hört nicht auf Das war doch cool man Dankeschön, echt cool Ja man, das ist die Beacoustic Sessions Was wir machen ist Freestyle Musik soll lebendig sein Und nicht einfach nur so in Blockies oder so auf CDs Und deswegen machen wir diese Videos Danke, dass ich hier sein durfte bei dir kurz in Berlin vorbeigeschaut Eine Gitarren genommen und gespielt Und warum? Weil die Musik nicht so in Boxen soll Ja, und warum noch? Weil wir können Weil wir uns irgendwann nochmal in Namibia treffen Ja, das auch Okay, das nächste Acoustic Session Video Was ihr sehen werdet von Janos und mir Ist in Namibia oben auf einer Düne Wenn ihr das sehen wollt, bitte schreibt hin Ja, wir wollen das sehen Oder irgendwie sowas Oder nee, mach einfach auf ein Like oder sowas Dann verstehen wir schon, dass ihr das sehen wollt Danke, dass ihr reinguckt habt Bis nächste Woche bei East TV Aui Das war für mich natürlich auch komisch Weil ich musste immer gucken, was du jetzt als nächstes spielst Und dann so da drauf singen und dann Aber das macht's halt lebendig So, das ist cool Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal